Ich bin Epistyleerzeichen und das ist wie HD und heute spielen wir Einheit mit Robin. Hi. Moin. Hi. Und mit Philipp. Hi. So. Hey Julian, weißt du was? Wir haben heute umsonst zweimal die Playstation 4 Pro gerichtet. Wie? Umsonst. Bin Strom und so Quatsch. Zwei Stück. Komplett. Aber ich stehe dann drauf der Alk. Er kommt Queen, jetzt musst du noch bereit drücken. Julian, kannst du mal bereit gehen? Äh, ja. Was gibt's das Knistern der Lagerfeuer? Ich bin nur ganz kurz am gucken, ob der Stream auf dem Handy auch anders ist. Also bei mir kommt keine Nachricht. Bei mir auch noch nicht. Wie ich das hasse an YouTube. Kommt bestimmt gleich noch die Nachricht. Also ich krieg zwar keine Nachricht, weil ich wahrscheinlich selber der Inhaber bin. Aber ich müsste ja... Ja. Warum ist der noch on top bei? Hämreinig. 31. Das ist doch ganz schnell. Wird dann die Stadt... Es kommt doch nächste Woche eine neue Stadt, ne? Ja. Wird die Map dann vergrößert oder wird die irgendwo zwischen... Ich glaube die Map wird sogar vergrößert. Ja, ich glaube es gibt... Ich glaube es gibt... Ich glaube es gibt so gute neue Maps. Ich hoffe denn, dass die Map vergrößert wird. Ich auch. Weil die Map ist einfach... Groß. Ach voll zu auf. Ich fürchte sie ist schon relativ klein geworden. Weil wir harmonischen überall. Und wenn ich Vokaseln gelernt habe, komme ich. Okay. Schildmoderator geht das nicht, ne? Geht klar. Ja, wenn nicht Justin sitzt noch hier. Und macht das auch eben mit. Justin... Macht Justin Schildmoderator? Ja. Ich muss das auch machen. Ja. Mit dem PC hier liegen. Wenn du dich den Laptop hochstehst... Mach auch, mach auch. Mach auch. Ich... Die großen YouTuber haben 2000 Chat Moderator im Stream. Julian, kommst du mit mir aus? Oder wer kommt mit mir aus? Ich gehe aus. Alleine schon. Bist du ein großer... Du bist ein großer YouTuber? Nee. Aber passt schon. Wir haben dann dafür zwei Moderator. Okay, dann tschau. Wir haben 31 Abonnenten. Das ist doch... 31 Abonnenten. Ich habe gerade einfach bei Luca mit dem Telefon aufgeliehen. Der geht Baum? So, ich gehe Baum, ja? Ja, ich gehe hier kurz hin. Hier ist ein anderer. Hier ist ein anderer. Wo? Beim Bauhaus? Ich bin im Hacker-Pick-Duell gegen zwei Stück. Ich muss weg. Ich habe Sniper am Medikid. Also Leute, dass das Tune ist eigentlich auf jeden Fall live. Könnt ihr mal bitte gucken? Ich habe keine Waffe. Ich habe noch eine Sniper. Ich muss selber erstmal looten. Sniper ist besser als gar keine Waffe. Fülle laufen entgegen. Ich biete die Hilfe an. Ich verstecke mich hier. Oh Gott. Nein. Von hinter mir. Ich habe nur eine Sniper Hilfe. Hast du versucht zu steppen? Oh Gott. Hier doch noch ein Gegner. Ich bin da. Nein, ich bin da. Philipp? Kannst du mich heilen, Julian? Ja, ich bin neben dir. Hi. Hi. Oh. Hier sind sauviele. Das fing mir schon an. Wenn du auf dem Kanal gehst und dann da drauf. Der ist on. Ja, das fing mir schon an. Okay, ciao. Da telefoniert Luca gerade mit dir. Ja. Der kommt um halb sechs. Nein. Nein. Ich habe zwei Kämpfe. Also Leute, die erste Runde, die lief hier schon wieder. Nice. Ja, jetzt kam die Nachricht, Julian. Jetzt ist die angekommen. Jetzt ist es on? Ja. Ja. Ich wollte auch mal kurz gucken. Ich gehe mal auf Abos. Warum kommt Luca jetzt um halb sechs? Vokabeln, ne? Vokabularius. Ja, gut. Das wird uns ordentlich halt. Was? Der drückt mein PC rum. Ja, nice. Nein, nein. Ist voll anders. Puppi, wie geht's mir so? Der ist immer noch da. Was geht los? Puppi, wie viele Zuschauer haben wir? Äh, zwei Stück. Das ist wahrscheinlich Happy Style. Und Robin? Ne, ich gucke nicht. Ich gucke nicht. Das ist wahrscheinlich Luca. Wenn du mal denkst, die großen YouTuber haben über 2.000 Zuschauer oder sowas. Das ist wie viele Leute über YouTube gucken. Also, wie viele Leute. Hier kommen halt so Typen. Hast du das gelesen? Du bist... Da gehst du einfach dann hier hinten drauf. Und dann gehst du einmal hier drauf. Da gehst du noch mal da drauf. Da gehst du noch mal da drauf. Und gehst dann da drauf. Ja, Solti, Solti, Solti. Ja, Solti, ne? Dennis Schramm, danke für diesen Kommentar. Da freue ich mich drüber. Julian? Ja, gut. Was ist? Jetzt geh nochmal drauf. Jetzt da drauf. Kommt... Kommt der mitten auf die Sniperhütte? Oder... Wo hin? Ne, hier. Er ist nun mal ein Sniperturm? Ja. Ich geh wieder hier um mein Haus. Mein Lieblingshaus. Das. Was? Und dann auf... Das. Hä? Wo gehst du hin? Welches Haus? Oh mein Gott. Ich hab extrem verfällt. Egal Pasche. Ich geh ins Baumhaus. Ich hab ein Problem. Ich brauch dringende Hilfe. Oh, blaue Waffe. Ui, Bombe. Volz ist online. Epic. Was? Kann man ganz kurz Luca erinnern? Ey, Kika, okay. Ich kann's kurz machen. Ich seh wirklich online. Leute, bei mir sind welche belastend. Bei mir ist auch ein Kika. Ich bin down. Ich freue mich schon wieder. Grüße. Ich... Kümmer mich mal ganz kurz zum Luca. Bei wen hat's Klingeling gemacht? Bei dir. Nein. Läuft euch. Nein! Ich bin auf die Lobby gegangen. Scheiße. Jur- Julia kann dir ja berichten. Ey, danke dafür, Julia. Willst du nicht verlassen? Nein, noch nicht. Ich will versuchen, einen Eingang zu bekommen. Die gucken über Youtube zu. Hey Leute, ich bin grad der Einzige, der über Youtube zu guckt. Aber wie sollt ihr das sehen? Wie, was? Ihr wollt ja ein bisschen sehen. Ja, das, ähm, ich kann ja... Ich hab hier den Chat neben mir und oben rechne ich nur so drei Punkte. Wenn ich da dann draufgehe, dann wird mir angezeigt, wer alles über YouTube guckt. Ja, Philipp, kommst du auch zurück zur Lobby? Ja. Moin. Voll. Ist der Chat-Moderator? Chat-Moderator geht nicht. Ich hab grad Probleme mit dem WLAN. Oh, Bambus? Ich hab grad auch... Ne, das ist nur... Hier grad hättest du auf jeden Fall eingreifen können. Hier grad... Und dann wünscht der Kommentar. Du hast viel blockiert. Luca, unser Team besteht heute aus fünf Leuten, ne? Puppi sitzt am Rechner und kontrolliert alles. Du auch? Ne, ich nicht. Ich, ich spiele. Okay. Und Philipp auch. Ja, mit dem nicht Schrammen, was soll sowas? Wenn er mich nicht mag, dann... Ah, ja, Mann, Luca. Wenn er mich nicht mag, dann soll er einfach... Nein, ich bin tot! Weil ich quatsch einfach alle 50... Ah, Luca, du bist es auch da, ja. Das heißt, dass der Mutter was ist. Ja, wir sind jetzt... 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 Das ist ja... Ja... Kommt... Ist vielleicht fertig. Wie lange denn noch? ich habe jetzt 73 prozent haben sie sich noch so kann ich mache ob er macht und irgendeinem wichtigen download von daher eigentlich darf ich nicht im internet ich habe mir gerade erstmal langsames klatschen gewöhnt gut zwei leute gucken über place ich habe einen kommentar nicht melden der hat einen nicht erwähnt einen kommentar geschrieben ich schreibe in den kurzen kommentar ich habe hier genauso wie er geschrieben hat jetzt macht er das update richtig ja okay noch 100 minuten habe ich dir geschickt wo es lief ist der trocken ja geht das update dauert bei mir noch drei stunden du bist hässlich stück scheiße bruh was mich wundert dass er mich gewissen bleibt hat also ist ja eigentlich so gut wo ist es hier das langsame klatschen mal gucken ob ich ihn jetzt dazu veranlasst habe habt ihr den titel gelesen ja habe ich gelesen dream in klammern liegt nicht das update dauert bei mir vier stunden also bei mir hat es fünf minuten gedauert wer geht ins rote backsteine aus ich habe das update pausiert ich habe es einfach pausiert und dann konnten wir auch für fordner suchten ich kann streben produzieren ja ich habe das update auf der pausiert ok ich habe noch ab ist das ist dein part ich habe epic sniper ja wirklich ich habe gestern in der runde philipp hat so stark ist eben bewiesen der schnipper ja ich gebe dir die gleich ja die ich habe automatisch ich habe die doch was hast du auch eine sniper ja ich habe auch eine ich habe auch nicht mal wenn wir beteilten ernst ja so ein foto schicken aber wir waren doch gerade an der selben truhe war nicht an der selben truhe waren ich habe war oben hatte ich die ich habe die wollen ich habe ja 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 ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich aber leider leider für den du kannst es nicht aussuchen ich habe sie dir ja warst du noch eine waffe für mich ja maschinenpistole zeit macht zeit die epische wohnschutz wie man fähre tauscht also ist einfach für mich dass du selber er lieben ist einfach eine m4 oder so weil ich habe nur eine maschinenpistole gesehen hast du was für mich julian ich hab noch mal schiebe solle und ich habe mich hier ich habe die bombe halt noch am start so gut ja was ist du hast eine epische wohnschutzleiter na gut gestern haben wir auch so gekämpft genau so war jetzt auch extrem aber die kürt überhalten ich hätte verbindung abgebrochen was wollen die denn ich gehe schon mal in Richtung zone ganz toll ich komme kann jemand mir schon gar nicht geben ja ich hab 20 ich hab acht schüttel ich hab 13 ach so verbindung wieder hergestellt ja ich schon noch ganz kurz das obere bei der brücke blöden aber komm ich komm ich warte wie geht schon unten lang okay schütze mehr mehr werden abgeschossen komm mal komm mal komm ich bin etwas weiter weg weil ich bin zu mir wollte ich bin wieder ab Ich hab sie mal B, sie mal B, sie mal B. Ich hab sie weg, aber mich finischt. Fuck. Ey, hört auf bitte. Dann können wir wieder zusammenstehen. Wow, von wo? Von vorne. Hallo? Ich muss mal ganz aus hier hoch, Robin. Er kommt. Granaten, Granaten, Granaten. Hab einen. Oh, ich bin down. Nein, nicht auf. Der Typ wird gerade einfach reingehauen, das ist halt das Ding. Wann willst du so viel genießen? Wenn der Typ ausrastet, dann ist es vorbei. Du glaubst, bist du noch am Start? Ja, ich bin noch am Start. Julian, du weißt immer noch unsere Dore. Und was macke du jetzt? Lukas, was machst du jetzt? Ich, äh, ich guck dem Update zu. Das ist jetzt von 99 Stunden auf 54 Minuten runtergegangen. Jetzt freust du dich, ne? Ja. Ey, du kannst doch, du kannst doch auf YouTube, äh, das moderieren, oder nicht? Also... Ja, ich fahr zu. Ich bin gerade dabei. Ich kann jetzt halt hier den Stream auf drei Ansichten gucken. Ich kann einmal PC gucken, einmal Fernseher und einmal Handy. Ja, los. Dann jetzt nächste Runde, neues Glück, neue Runde. Ja, wir kriegen nichts auf die Reihe. Das war die erste Runde, nur noch mal zur Info. Nein, zweite. Was? Okay, zweite. Okay, zweite. Mann, ich wollte mir gerade die neuen, die sie in der Kette gehen. Ja, erzähl mal unsere Taktik, wie wir gemacht haben. Ja, so, ähm... Ich meine, in jedem Spiel. Ja, da haben wir halt, ähm, uns halt so gedacht, dass, ähm, wenn, wenn ich jetzt eine Scar finde und er eine, eine grüne Pumpgun, dann gibt er mir die Pumpgun und ich gebe ihm die Scar. Dass er dann mit einem Sturmowell reinschießen kann, ihn ablenken kann und ich schleiche mich dann durch die Bäume durch und komme dann mit der Pumpgun an und hole die dann von hinten. Und Meteor? Ja, bin ich dabei. Weil, er macht halt die Pumpgun, auch wenn er, auch wenn er die epische Pumpgun als Schrotz hat. Jüla, machen wir das auch immer noch so? Ja, klar. Wer geht Backstern aus? Ich. Das ist mein Lieblingshaus. Das ist mein Haus, wo ich immer hingehen. Wo kannst Jüla entfolgen. Jüla, ich, ich geh immer in das eine Haus hier, ne? Zum meisten. Ja, Jüla, gehen wir wieder auf das Haus? Ja, ich bin wieder auf. Das ist doch nicht wahr. Hier ist schon wieder keiner. Hier auf den Dächern sehe ich gerade nichts Gutes. Sehr gut, ich komme mit. Hopp. Hier ist kein anderer. Äh, bitte Lude. Schon wieder. Ich kann die Tür nicht öffnen. Okay, jetzt geht's. Ich hab ein Pistole und ein Schildi. Reggie Pistol oder Epic Pistol. Ja, Normali. Achso. Grau oder was? ja ja ich hab die pitt der typ hat die pisse nicht mitgenommen ich habe 400 leben robben da kann man nicht ja ich brauche noch was ich muss auch noch ganz gut hier oben liegen noch mini schilder 2 mini schilde ich bin ich habe kommende drei gerecht weiß dass du nicht ich habe kommende drei gerecht hier neust du kriegst gleich zwei mini schilder sonst ist du immer der auffälligste in den streams aber jetzt ist er gerade extrem leider so ja für mich du hast du was für mich habe nur eine pistol ich habe auch ich weiß es war mein wasser ich ist einer von euch da ist eine punkte für dich um wir haben eine von euch ich habe ein natwerfer mann wie du kommend ich baue die küsse nervt wer hat den bay werde ich schlecht schlicht ich habe gerade das laut aus der kasse ich habe mir gerade eine e-mail-adresse jetzt habe ich einen neuen youtube-konten laues nipper ja gut dann habe ich ich gebe sie dir ob du kriegst hier einfach eine waffe von mich damit du dich etwas werden kannst also wir machen ja ausschließlich sprachunterricht ich gebe dir was du bist du ich bin zu armen für im sturmgewehr absetzen warte die snapper küsse auch ich gehe schon mal so etwa richtung tone und mute hier oben noch eben ich komme ich habe ich geschossen ich bin so feiner dass die warte mal hier wollte ich nicht habe ich gerade schon als du mich das erste mal gefragt ja im granatwässer ist jetzt nicht so das trinkste ich bin wieder ich bin unten bei der kiste und schilder kommen ich gehe nach oben zu einer kiste ich bin bei der obersten kiste ich würde annehmen gegen eine grüne salve dann holt sie kurz runter ich muss meine baube weg die warte ich werde hier runter wir haben herzlichen glückwunsch zu 32 abonnenten die ach so dass er warte ich komme luka du hast jetzt nicht ernsthaft einen youtube-account erstellt und mich jetzt extra zu abonnieren wir haben alle 200 leben hast du immer noch leichte muni leichte ja weil es ist ein spam war für dafür bräuchte das ding ist halt mit chat moderator du bist gerade das allererste mal bei uns film dabei die mission und deswegen ich kann ja nicht so vertrauen bist du voll verloren aber der name einfach fdk ja hast du das gerade gesehen was pumpi in chat geschrieben hat I'm the best Noob. Wer hat das geschrieben? Okay, er hat schon auf jeden Fall anderen Streamen verfolgt. Seid ihr noch bei mir in der Nähe? Dann sag mir mal ganz was, wie du... Wo seid ihr gerade? Luka, dein Ärztes bist du. Könnt ihr mal kurz warten auf mich? Weil ich muss kurz schienen. Luka, wie heißt dein zweiter Count? Luka, das bist du. Man sieht dein Profilbild, du Baum. Welches? Da steht The Fight. Du bist so scheiße schlecht. Ich hab zwei Niedergestreckt. Ach, ihr seid in der Schiedserei? Ich war gar nicht in der Schiedserei. Gibt's nicht. Ey, du hast nur noch 31 Abonnenten. Nein, du nennt sich weg. Ja, du wahrscheinlich. Ja, jetzt hast du wieder 32 Abonnenten. Schalt, ich hab dich ja abonniert doch hab ich. Ah, hier ist der andere Typ. Jetzt hab ich hier zwei Konten, jetzt hab ich sogar eine neue E-Mail Adresse. Ja, ich hab's hier. Haben wir alles. Ach, hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der ist draußen, der ist draußen. Okay, da ist auch noch wer. Nein, ich bin da und. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, der kommt, der kommt, der kommt. Da kommt, der kommt, der kommt. Ja, Philipp, Philipp. Philipp, dein Ernst? Hier, heimig, 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 heimig. Ach, sorry, Julian. Tut mir leid. Danke für die Ska. Wieso denn? Ich find' dir voll's. Den hab' ich noch mal kaum gemacht. Ich, äh, danke, danke dafür, Ju. Danke, danke dafür. Aber mein Appell ist nahe im Sturm endlich fertig. Hey, sorry, Julian. Ich konnte dich nicht mehr retten. Nein, das hat er nicht. Soll ich mir noch einen machen? Hä, bist du grad mit zwei Accounts drauf? Du baum. Ich? Wie kannst du mit zwei Accounts gleichzeitig online sein? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall mach ich mir jetzt noch einen dritten. Soll ich ihm? Nee, nee, nicht. Hashtag Lolli Lodge. Nein, Spaß. Ey, ich konnte nicht mit meinem neuen E-Mail, aber das war's nicht. Hoppistyle-Fan. Oh, ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Es gab' ihn. Ja, Letzi? Ey, erinnern wir dein Profil mit Luca. Ey, Julian. Was ist denn? Neu, ich hab' ihn. Achso, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist denn? das war der Video? Ja, da würdest du doch nicht angezeigt. Ich mach' mal wieder ein Account ab 18. du musst nicht angeben wenn ich will nicht aber hier ist so wird auch mal angezeigt nein das ist gleich was gesagt wir werden wir wollen manchmal angezeigt damit ja ich habe ich nicht zu gucken habe ich doch richtest du kannst du hast du noch ein schön die für mich ja dafür brauche ich aber auch moderat auf meinen beiden neuen accounts ich habe ich komme hier spaß mit 33 abonnenten da oben drauf kommt philipp wir gehen einfach hoch warum sind welche hast du gesehen aber luca zum beispiel so du bist geil was der hat meinen kanal nicht abonnenten die bild kann hatten kann hatten nein ich bin dauernd ich bin nicht mehr freundlich er weint er weint er hat gewöhnt was denn er weint ich habe es glaube ich noch kein profil und ich hatte vorher nur ein ich habe die gerade alle erstellt jetzt habe ich drei e-mail-adressen das ist doch nur meine mutter nicht wissen hey dann kann ich auf einen hier scheiße aktiv sein dann wenn die mutter auf mein handy guckt aber den account wechseln auf der pc wie verpackt das ist nein viele wir machen nur die die stream wenn man den nicht hören auf sein hat er gelitten ich leute das video nicht ich habe jetzt mit zwei accounts ich kann ja morgen der völkerball in sport hatte keine geburtstag ja aber was willst du da oben anders spielen als völkerball ja ich würde ich würde mir wünschen aber da oben könnt ihr nicht spielen spielen kann knicken ja und quadratisch wasser nein doch noch mal ich muss internet ausmachen 8000 und noch was abonnenten ja und dann musst du nur noch hier wo gehen wir denn rein in die mitte oder wo ich kann es doch nur noch ganz auf also oder macht sich nur 5.000 auf dass sie die polen ich gehe hier rechts in die tankern ich gehe hier da wo ich gerade drüber bin ein bisschen gegner ich bin tot ich muss bei dir rein bei mir wollte ein anderer bei mir ist ein anderer ich bin totes hier ich bin bei euch ich bin tot Hey, ich suche immer wieder gute Spieler zum streamen oder normalen Zocken. Herr Interessas, kannst dich gerne bei mir melden. Ich sag wieder klar. Sonst würde ich dich genommen für Glück. Ja, ich sag doch, dass sie die Puls scheißen. Auf jeden Fall danke für das Glück. Ja, ich bin dabei. Nee, dann machen wir Dings. Jetzt schon. Jetzt noch nicht. Was wollt ihr denn machen? Virtuelle Bundesligaspiel. Ja, jetzt doch noch nicht. Dann mache ich dasselbe Prinzip wie gestern. Hey, was denn? Also ich mache jetzt einen relativ kurzen Stream. Da geht es bis 45 Minuten oder bis eine Stunde. Danach spiele ich dann... Also eigentlich kannst du sogar mit spielen, Robin. Das ist quasi wie eine richtige Bundesliga. Nur gegen anderen Gegner. Wie lange geht die dann? Du kannst spielen, wenn du willst. Also es ist nicht irgendwie, dass du es machen musst. Also du kannst so lange spielen, wie du willst. Wenn du keinen Bock machst, dann... Naja, ich mache dann aus, wenn ihr Bundesliga spielt. Okay. Und dann geht es dann heute Abend wieder weiter mit ins Team. Dann können wir wieder gestern. Machst du dann Fortnite wieder, oder was? Ja, heute Abend auch ich wieder. Ja, Bob, heute Abend kann ich dann nicht mehr, denke ich. Machen wir dann nochmal Tore. Wir machen... Wir gewinnen jetzt erstmal noch eine Runde. Das ist easy. Ja, ich werde die ganze Zeit einfach sterben. Oh Mann, Luca. Luca, gönne mal den Kommentar von Scholti. Wie soll ich mal sagen, wo wir hingehen? Das sollst du nicht sagen. Ich habe halt auch eine Idee. Ich muss echt mal gucken. Bleib nicht. Bleib nicht. Ich gehe wieder raus. Ich gehe in die Scheine. Luca, wie heißt der nächste Account? Guter Kerl. Was hat der Team für ein Proflüge? Wir reden jetzt nur über Accounts. Da geht einer Baum. Quasi hängt. Ich gehe Baum einfach mal. Nur wenn da keine Kisten sind. Nur wenn da Kisten sind. Ich gehe in die große Tore. Ich gehe in die große Tore. Ich gehe hier in diese kleinen Hütte. Ich bin normal. Ich bin normal bei dir. Bei wem? Bei Robin. Echt? Bist du es? Ich habe direkt eine Epic. Ich habe nämlich Angst. Ich habe A. Ich habe A. Es kommt A. Es kommt A. Also wir haben sie im Gegner habe ich gehört. Oh ja. Ich sehe es. Ich habe eine Maschinenpistole. Ich habe eine Maschinenpistole. Ich habe eine Maschinenpistole. Ich habe eine Maschinenpistole. Angelegenpistole. Ich werde abgeschossen. Ja. Ja, Digi. Da ist ein Auto. Ja, ich werde nicht schlafen. Ich werde nicht schlafen. Nein, heimlich. Nuck. Oh, wo? Von wo? Oh, von zwei Seiten. Mein heimlich ist doch scheiße. Von zwei Seiten. Ich habe dem einen Hedda gegeben, aber. Mit mir verliert ihr nur. Mit mir verliert ihr nur. Was ist jetzt los Philipp? Mit mir verliert ihr nur. Das hat nichts mit dir zu tun, das ist alle eine Teamsache. Hey Julio, mach doch, mach doch. Drück mal ganz was auf Kreis. Ich kann ja nicht, du bist ja der Gruppenleiter. Nein, ich bin nicht der Gruppenleiter, aber warte, ich kann aber. Ja, ich auch nicht, ich kann auch nicht. So warte, ich komme. Hey, ich bin trotzdem in der Runde drin, alles klar. Ja, ich bin auch in der Runde drin. Haben wir jetzt mit Auffüllen gemacht oder was? Okay, ich bin rausgeflogen. Ja und ich? Bist du jetzt noch in der Runde? Ja. Alleine, ich verlasse aber. Solo gegen Squad. Ich hab' verlassen. Julian, der Stream geht ja schon über 45 Minuten. Nein, 42. Nein, der geht 51 Minuten. Ja, wir spielen noch keine 45 Minuten. Ja, wir spielen noch keine 45 Minuten. Ja, was spielen wir denn? Wir spielen. Wir spielen erst 43 Minuten. Ja, komm, dann drück bereit. Okay. Philipp, dann guck du kurz bei Ulti. Okay. Okay. Mach's je nach... Julian schütze je nach Freund, äh, Bundesliga, also Saison oder was? Ja. Okay, da mach ich dann auch. Ey, guck mal, hast du grad mein Amy gesehen? Ich hab' auch gar kein Amy gehabt. Ich hab' den einen... Aber ich hatte noch weniger Amy. Ich hatte noch weniger Amy. Ich hab' den einen, ich war... Hätte dran gekriegt, mich in der Schuhe, aber... Ich hatte kein Mensch sterben. Luca, bist du noch da? Schrei mal ganz dazu, was in die Kommentare. Kann der noch verlassen? Nein, in Schweden, der wollte doch Moderator machen. Aber wenn er da wäre, dann würde er schon lange kommentieren. Er wollte doch Accounts machen und so. Oder Kritik? Ich spiele best auf Charts. Was? Wo gehen wir, Julian? Wir? Greasy? Wo soll ich da? Alle in ein Haus. Hört die Musik? Philipp... Philipp, keine Musik! Computer... Aus. Wieso wird das... Weil das Copyright ist. Oder Julian, wollen wir hier vor... Aus. Vor dem Berg auf die... Äh... In die beiden Häuser. Computer... Aus. Wo du jetzt bist? Sollen wir da hin? Wir müssen hier hingehen. Ich bin zu tief. Wir müssen hier hingehen, wo ich bin. Komm zurück, Julian. Gut ankommen. Das... Das machen doch viele YouTuber. Ja, aber die haben die Lizenz dazu. Nein, hier ist schon wer. Ich seh's. Hier ist schon wer. Philipp, die haben die Lizenz dazu. Ja, komm. Du bist auch die Lizenz. Du bist auch meine... Philipp, die haben keine Lizenz. Das kostet Geld. Wie viel? Hilfe, ich bin jetzt down fast. Weil hier sind zwei Gegner, die haben beide Waffen. Ich seh's. Ich hab... Nein. Oh. Robin. Ja, ich hab keine Waffen. Sorry. Da, da, da. Renn auf die Ecke. Da, da liegt ein Popcorn. Okay. Vierter Eck. Luca foltert im vierten Eck. Okay, das war's mit dem Team. Ciao. Ciao. Ciao.